Guten Morgen Leute, heute haben wir den 18. Dezember. Ich bin heute auf dem Weg mit meinem Metalldetektor zum Strand, zu so einem kleinen Badesee. Mal gucken, was sich da finden lässt. Wir sehen uns dann gleich am Strand wieder. So, ich bin am Strand angekommen. Jetzt packe ich mal den Detektor aus und dann lege ich mal los. Mal schauen, was sich hier finden lässt, was die Leute verloren haben. Und ein Kronkorken. Dann können wir zwei gucken. Das ist ein paar Kameras, da. Practice use ist er. Sie können Dado stehen südreiben, würde es hier unsere Hälfte halten lassen. Dann können wir einfach nur Kronkorken und sinde Sie in denぁ zu beten. Hier ist Normal Attack genannt und soll man nach webinigeren. Whқstot Narfall weiter zur Unionveragehington. und wieder Deckel so ich bin wieder auf dem Heimweg Leute ich habe im Prinzip nur Kronkorken gefunden und Abziehlaschen ich kann euch das zu Hause gleich mal zeigen zwei Stunden habe ich jetzt gesucht ich schätze mal dass ich so 40 bis 50 Kronkorken zusammen habe keine Ahnung so Leute das ist mein Fund von heute genau 45 Kronkorken von verschiedenen Bierflaschen zweimal Folie ein Stein mit Alufolie hier entwickelt und eine Abziehlasche na gut für das erste Mal und zwei Stunden finde ich ist es doch ein gutes Ergebnis auch wenn das jetzt nicht das ist was ich erwartet habe naja dann möchte ich mich von euch auch verabschieden und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video macht's gut euer Jörg ciao